Heute bauen wir nur mit CSS vier richtig coole Animationen für eure Links. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal wieder um CSS. Ein ganz kleines bisschen HTML ist natürlich auch dabei, weil wir Links gestalten werden. Also einfach diesen Mouse-Over-Effekt, wenn man über einen Link geht, da werden wir vier kleine Animationen machen, die ihr wunderbar und fast in jedes Projekt irgendwie übernehmen könnt. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und dauert auch nicht wirklich lange. Ihr könnt ja mal in die Videokommentare schreiben, ob ihr selbst irgendwelche richtig coolen Link-Animationen habt, weil man braucht die eigentlich immer irgendwie, ohne große Auswahl zu haben von Inspirationsquellen, ist immer sehr praktisch. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link zu Discord. Da könnt ihr Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So wie immer starten wir dieses Video mit einer kleinen Live-Demo. Wenn ich hier über die vier Links drüber gehe, seht ihr, jeder dieser vier Links hat eine kleine Animation. Die sind allesamt nicht wirklich aufwendig und wir gucken uns die heute mal in Ruhe an. Wenn ihr das mal angucken möchtet, unten in der Videobeschreibung, findet ihr natürlich wie immer eine Live-Demo zu dem Inhalt dieses Videos. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß! So und los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier schon meine Standard-Entwicklungsentgebung, einmal mit Chrome und hier an der Seite Visual Studio Code mit meinem Custom Color Theme sowie meiner Standard-Entwicklungsentgebung. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. In der Index-Datei müssen wir heute ein bisschen was machen, nämlich genau hier zwischen diesen beiden Kommentaren, genauso wie in der Style CSS. Das Ganze können wir aber schließen, weil wir fangen erstmal mit den Links an. Und zwar, wenn wir Links gestalten wollen, brauchen wir erstmal eine Diffbox mit der Klasse Link. Hier drin befinden sich jetzt unsere Links, die wir später gestalten wollen, in meinem Fall mit Link 1. Und ich möchte hier jetzt zum Beispiel sagen, Link Animation Nummer 1. Das Ganze kopiere ich mir jetzt und füge das hier unten viermal ein, also dreimal ein, dass wir vier Stück haben. Sage jetzt Link 2, Link 3, Link 4. Auch hier Link 4, Link 3, Link 2. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Mehr brauchen wir in unserer HTML nicht. Wir sehen jetzt hier wunderbar, unsere vier Links sind da. Die werden wir jetzt Step by Step gestalten. Deswegen kann ich diese Datei schließen. Wir brauchen auch ein paar Einstellungen, die quasi auf jeden Link angepasst werden. Das Erste, also das, was ich hier jetzt mit der Klasse Link gestalte, nämlich einmal Display Flex und hier Flex Direction und Column. Diese beiden Befehle sind für euch komplett irrelevant. Diese beiden Befehle haben nur die Funktion, dass alle Links untereinander positioniert werden. Genauso wie jetzt einige Befehle, die jetzt noch kommen, nämlich einmal sagen wir hier Color. Color ist in meinem Fall einfach CI White. In dem Moment, wenn ich das mache, wird der Text weiß. Was wichtig ist, ist die Text Decoration und hier sagen wir None. Damit löschen wir diese weiße Standardlinie von links. Außerdem wollen wir die Schriftgröße verändern, in meinem Fall 2 Rem. Könnt ihr natürlich anpassen, wie ihr wollt. Wir wollen ein bisschen Abstand zwischen den einzelnen Links. Das mache ich mit Margin und entferne standardmäßig Padding von jeder Art von Link. Außerdem möchte ich hier gerne Position und hier Relative entfernen. Also Relative hinzufügen, weil ich das für verschiedene Animationen gleich brauche. Also ihr müsst auf jeden Fall auf euren Link, wenn ihr diese Effekte nachbauen wollt, Relative hinzufügen. Und ansonsten, ja, lassen wir das erstmal so sein. Aber wir können jetzt eigentlich mit unserem ersten Link-Animation anfangen. Also, auf geht's! So, die erste Animation, die wir bauen wollen, war ja dieser Strich, der sich so ein-rein-animiert und dann wieder raus-animiert. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, ehrlich gesagt, und braucht nur wenige Befehle. Wir müssen jetzt erstmal unsere Klasse definieren, nämlich Link-1. Und hier können wir jetzt anfangen und sagen, okay, wir haben hier unser sogenanntes Zeudo-Element. In unserem Fall nutzen wir dafür das After-Element. Außerdem wollen wir, dass das mit Position-Absolute positioniert wird. Und dadurch, dass wir unserem Link allerdings standardmäßig Position-Relative geben, richtet sich unser After-Element an unserem Link und nicht am Browser-Fenster auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Außerdem müssen wir hier, wie immer, wenn man Zeudo-Elemente benutzt, Content-Empty geben und sagen hier Top 100% und Left 0. In dem Moment sehen wir natürlich noch nicht wirklich viel. Sehen tun wir erst was, wenn wir dem Ganzen auch noch eine Größe geben, in unserem Fall 100% in der Weite und 0.3, also 3 Pixel in der Höhe. Und wir müssen natürlich auch einen Hintergrund geben. In diesem Fall sage ich CI Blue. Speichere das Ganze ab und jetzt sehen wir hier einen blauen Strich unter unserer Link Animation Nummer 1. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Das Ding ist, jetzt müssen wir den animieren. Es gibt zwei Arten und ganz viele, wenn die so eine Animation sehen, animieren die das erstmal mit Animation, also Transform und dann Translate. Das können wir ja mal ausprobieren. Warum das nicht funktioniert, zeige ich euch. Wir sagen jetzt hier, okay, wir wollen einen Transform und sagen hier Translate. Wir wollen, dass das ja so rein slidet, was heißt minus 100% und 0. In dem Moment ist das hier schon mal draußen. Dann brauchen wir natürlich irgendwie einen Event-Trigger. In unserem Fall ist das unser Mouse-Over und hier drin sage ich jetzt einfach, okay, also wenn über unseren Link mit der Maus gegangen wird, dann möchten wir gerne auch noch unseren After, also das After-Zoll-Element gestalten und sagen jetzt hier Transform und animieren das hier wieder zurück. Und in dem Moment muss das Ganze natürlich noch animiert werden. Das machen wir mit Transition und sagen hier zum Beispiel All 250 Millisekunden. In dem Moment, wenn ich hier drüber gehe, slidet das schon wunderbar rein, aber es slidet jetzt nicht wieder raus und da kann man ganz viele Sachen machen. Man kann hier auch Reverse und so drauflegen, aber das ist alles kein wirklich guter Ansatz, weil der Link ist hier zu sehen und dann gibt es ganz viele, die dann das quasi verstecken mit Position Overflow Hidden und solchen Geschichten. Man kann das aber so viel leichter lösen und zwar benutzen wir nicht Translate, sondern wir nutzen Scale und in diesem Fall Scale X und sagen hier 0. Natürlich müssen wir das Ganze wieder revidieren, indem wir hier oben sagen Scale 1, aber wir wollen eigentlich nicht alles animieren, also nicht hier All, also nicht jedes Attribut, sondern wir wollen wirklich nur Transform animieren. Wenn wir das jetzt so lassen würden, ich speichere das so ab, dann haben wir quasi schon einen Effekt, der funktionieren würde, aber was wir machen möchten, ist hier Transition Origin zu definieren. Und zwar wollen wir am Anfang sagen Right und wenn wir mit der Maus drüber gehen, dann wollen wir sagen Left. Das heißt, in diesem Fall, wenn wir, sobald wir mit der Maus drauf sind, bekommt unsere Animation die Ausgangs- oder den Ankerpunkt links, also ganz hier auf der Seite und sobald wir mit der Maus nicht mehr da drauf sind, bekommt unser Element die Ausgangsankerposition auf der anderen Seite. Und wenn ich jetzt mit der Maus hier drüber gehe, seht ihr, dass unsere Animation fertig ist und wir weder Position, weder Overflow Hidden oder sonst irgendwelche Tricks brauchten, sondern wir haben einfach nur die Größe auf der X-Achse unseres After-Elements gestaltet und das Ganze funktioniert wunderbar. So, unser zweiter Link ist nicht wirklich schwerer, sondern eher leichter und zwar brauchen wir natürlich auch hier wieder unsere Klasse Link 2, damit wir den zweiten Link gestalten können. Hier brauchen wir nicht mal mehr irgendwelche Pseudo-Elemente, sondern können einfach direkt sagen, wir haben ein Mouse Over und hier wollen wir auch irgendwas animieren. In diesem Fall wollten wir ja so eine farbige Box, die standardmäßig hinter unserem Link ist, wenn wir mit der Maus drüber geben, dass die dann einfach größer wird. Da könnte man denken, okay, dann kann ich einfach Background Color nehmen und sage CI, in diesem Fall einfach nur Prime und in dem Moment ist das schon mal so eine farbige Box. Das Problem ist, ich kann die Größe dieses Hintergrunds nicht editieren. Ich könnte jetzt hingehen und das Ganze auch mit einem Pseudo-Element gestalten, könnte das Pseudo-Element hinter unseren Text legen und so mega komplizierte Layer-Effekte oder sowas machen. Das ist aber viel zu sehr um die Ecke gedacht. Man kann das noch viel leichter machen und zwar kann ich hier einfach sagen, wir haben ein Linear Gradient bei Background und dann nicht Color, sondern hier brauchen wir Image. Und wenn ich dann Gradient auch wirklich richtig schreibe und nicht falsch, dann können wir hier etwas definieren und zwar einen Verlauf, wie Gradient schon sagt. Und zwar wollen wir von Prime, wollen wir das Ganze bei der Position 0 animieren und wollen hier jetzt quasi zu einem helleren Ton werden. Also deswegen sage ich hier Lighten und sage hier Prime, Color und dann den Amount, das ist in unserem Fall 5% und hier ist das 100%. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, passiert hier noch nicht wirklich viel, das muss ich mir eben auskommentieren, sondern wir haben jetzt hier, wenn ich das Ganze speichere und aktualisiere, einfach nur einen Verlauf. Ihr seht, hier ist der ein bisschen dunkler, hier wird er ein bisschen heller, aber es ist noch nicht wirklich funktionsfähig. Es wird nichts animiert, es wird nichts gemacht und das Erste, was wir jetzt verhindern müssen, ist Background Repeat, weil das darf sich nicht wiederholen. Wir haben hier mit dieser CSS-Funktion nämlich ein wirkliches Bild geschaffen und das würde sich einfach endlos wiederholen, wenn wir das nicht verbieten. Außerdem wollen wir eine Background Size geben, also wir wollen die Größe definieren, 100% weiter, also wir wollen komplett die Weite abdecken, aber wir wollen nur 12 Pixel in der Höhe haben. In dem Moment seht ihr, das ganze Ding ist kleiner geworden. Was wir jetzt noch sagen können, ist Background Position und sagen 0 und 110%. In dem Moment schieben wir das noch unten. Ihr habt jetzt schon gesehen, wie das Grundkonzept funktioniert. In dem Moment, wenn ich mit diesen beiden Befehlen das editiere, kann ich das verändern, wie ich Lust und Laune habe. Jetzt kann ich sagen, okay, wir wollen das Ganze natürlich noch animieren. Dazu nehme ich einfach Background Size, füge das hier ein und sage hier statt 100% hier unten, sage ich hier oben auch 100%. Das Ganze kann ich jetzt abspeichern und wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, springt das natürlich so groß. Das wollen wir nicht. Deswegen brauchen wir jetzt noch Transition All 250 Millisekunden. Das Ganze speichere ich ab, gehe mit der Maus drüber und wir haben jetzt unsere Animation erstellt, die einfach ein Balken wird, der größer wird. So, los geht's mit Link Animation 3. Das Ganze ist ziemlich simpel und zwar brauchen wir hier quasi einen ähnlichen Effekt wie bei Nummer 1. Und zwar sagen wir hier jetzt, okay, wir haben wieder ein Pseudo-Element, in diesem Fall auch wieder das After-Element und sagen jetzt, okay, was kann das Ganze? Auch wieder hier Position Absolute, auch hier wieder Content Empty und auch hier wieder, das muss natürlich da hoch, auch hier wieder Top 100%, damit das Ganze nach unten rutscht. Und was wir jetzt auch hier machen können, ist zu sagen, Left 0 und was wir auch hier machen können, ist die Weite 100% und hier die Höhe von 0.3 Rem. Wir wollen hier eine andere Farbe nehmen, also sage ich mal Background Color, CI Red, speichere das Ganze ab und wir sehen hier schon eine kleine rote Linie. Und was wir jetzt machen können, ist sagen, wir haben auch hier wieder einen Transform. Allerdings haben wir hier auch hier quasi, wollen wir nur, äh, Transition wollen wir nur Transform animieren und zwar mit 250 Millisekunden. Und was wir hier unten animieren wollen, ist natürlich Transform. Und auch hier sage ich Scale X. In diesem Fall sage ich 0, nicht 9, 0, speichere das Ganze ab und es ist weg. Und wir können auch hier jetzt hingehen und sagen, okay, bei einem Mouse Over über dieses Element möchten wir gerne das Zeudo-Element desselben Elementes ansprechen und sage hier, wir wollen das Ganze jetzt mit Transform Scale X animieren und sage aber hier nicht 100%, sondern 0.5. In dem Moment, wenn ich jetzt hier drüber gehe, ist unser Link quasi da und ihr könnt die Größe verändern und habt quasi eine Animation, die von der Mitte ausgeht. Anders als quasi so eine Animation, die reinslidet, finde ich das hier ganz angenehm, wenn man wirklich so kleinere Links hat. Diese Slide-Animationen wirken manchmal nicht so gut, wenn ein Link über mehrere Zeilen, beispielsweise in Text geht oder so etwas. Da wirkt sowas persönlich gesehen etwas angenehmer. Ist sehr ähnlich zu Link Animation 1, aber ich finde diesen Effekt einfach sehr schön. Deswegen wollte ich ihn unbedingt mit integrieren in dieses Video und das bringt uns auch schon zum letzten Link bzw. zur letzten Animation dieses Videos. So, der letzte Link, den wir in diesem Video editieren, ist der Link Nummer 4 und es ist der aufwendigste, aber nicht wirklich der schwerste Effekt. Und zwar brauchen wir hier zwei verschiedene Zeudo-Elemente. Und zwar brauchen wir hier deswegen einmal After, Komma und, ups, warum geht das nicht? Ich treffe mir die falsche Taste und Before. Also wir wollen quasi beide Zeude-Elemente gestalten. Beide Zeude-Elemente müssen wir mit Position Absolut positionieren. Beide bekommen Content 0. Beide bekommen einen Abstand von Top von 50% und beide bekommen einen Abstand nach Links von 105%. Also wir wollen die quasi Links rausziehen aus unserem eigentlichen Link. Und beide bekommen eine Weite von 1.5 Rem, also 15 Pixel und eine Höhe von 0.3 Rem. In diesem Fall von 3 Pixeln und ein Border Radius von einem Rem, damit wir wirklich 100% glatte Kanten haben. Das Ganze, wenn ich das jetzt abspeichere, sieht natürlich natürlich nicht viel aus. Deswegen mache ich hier mal CI Green rein. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen Strich. Dieser kleine Strich ist aber nicht ein Strich, sondern es sind zwei verschiedene. Und was wir jetzt brauchen, ist hier Transform, Translate. Und hier sagen wir minus 1 Rem. Ups, ich renne Rem. Und minus 50%. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, ist das Ganze nämlich genau in der Mitte zentriert. Und wir haben die quasi so ein Stück rübergezogen. Außerdem möchten wir, dass unsere Animationen, die wir über Transform steuern, nicht von dieser linken Ecke hier ausgehen, sondern von der Mitte beziehungsweise von der rechten Ecke. Also von der Mitte in der X-Achse und von der rechten, also von der rechten Ecke hier auf der Vertikalen. Und das machen wir über Transform Origin und sagen hier Right und Center. In dem Moment können wir das Ganze jetzt auch noch animieren mit Transition und sagen hier einfach All, weil wir können alles animieren. 250 Millisekunden mit Ease In und Out. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Es passiert natürlich nichts, wenn ich hier drüber gehe, weil uns natürlich unser Hover fehlt. Den füge ich jetzt mal hier unten hinzu. So, unser Plan ist ja, dass wir hier so einen kleinen Pfeil animieren. Deswegen müssen wir unsere beiden Pfeile-Elemente jeweils einzeln animieren, da die nicht dieselbe Animation bekommen. Das Erste, was wir hier einfach mal bekommen, ist Background Color CI Green. Und hier oben sage ich mal, das wird kein, oder die haben hier oben einfach keinen Hintergrund. Damit sind sie von sich aus schon mal unsichtbar. Wenn wir hier sagen, oder wir können das auch eigentlich besser machen und sagen, okay, wir haben standardmäßig das hier. Und sagen jetzt hier Opacity von 0. Und in dem Moment, wenn ich hier rübergehe, sagen wir Opacity 1. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufgehe, wird das Ganze schon mal eingeblendet. Und das können wir auch für beide diese Elemente benutzen. So, funktioniert wunderbar. Das Erste, was wir jetzt machen, ist bei Before. Möchten wir jetzt aber die Transform auch verändern. Und zwar sagen wir als erstes Translate 0. Also damit revidieren wir diese Minus 1 Rem. Wir wollen aber weiterhin die Minus 50 behalten, beziehungsweise machen hier raus Minus 40. Weil wir wollen das so ein bisschen weiter verändern und rotieren das Ganze jetzt um 30 Degree. In dem Moment, wenn ich das speichere und hier draufgehe, seht ihr, dass unser einer grüner Balken sich schon ein bisschen anders verhält. Und wir können das Ganze jetzt einmal kopieren und fügen das hier unten ein. Und ersetzen Before durch After und tauschen das jetzt von Minus 40 auf Minus 60 und machen hier aus 30 Minus 30. Speichern das Ganze ab, gehen hier drüber. Und in dem Moment seht ihr, wir haben so einen Pfeil, der sich aufklappt. Wenn wir drüber gehen, persönlich finde ich diese Link-Animation sehr praktisch, wenn man zum Beispiel so ein Menü hat, was man animieren möchte oder solche Geschichten. Und es ist relativ einfach, aber man kann es sehr customisen. Also ihr könnt die Pfeile verändern, ihr könnt theoretisch auch noch andere Elemente hinzufügen. Ihr könnt das auf beide Richtungen machen, müsstet ihr dann natürlich die Ausrichtung einmal revidieren. Aber persönlich muss ich sagen, Link 4 ist der coolste. Aber schreibt doch mal in die Videokommentare, welche Links ihr so benutzt habt und verlinkt doch mal eure Codepens für die Community. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort auch jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt. Aber auch jede Menge Partner Links, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.